Wir sollten uns von hinten heranschleichen und ihn am Schwanz ziehen. Ach komm jetzt zick doch nicht so rum hier. Das ist richtig kompliziert zu fahren hier. Das ist ne ordentliche Zicke hier dieser. Zicke hier. Hier ist noch einer. Zicke hier. Zicke hier. Zicke hier. Jetzt können wir hier was zu aufmachen. Mal nur das überbrücken. Zicke hier. Schauen wir mal hier die Tür auf. Offen ist offen. Sauber. Bin ich mal gespannt. War schon lange nicht mehr hier. Schauen wir mal auf der Seite gucken. Mal nur das überbrücken. So. So. Alles nehmen. So. Dann würde ich mal sagen weiter gehts. Mal das andere Gebäude auch noch anschauen. Ja komm wir suchen. Wir gehen drüben auch noch mal gucken. Gibt es ja noch eine Kiste die man so aufmachen kann oder so. Wir brauchen zur Zeit gerade jede Rüstung die wir kriegen können. Aber hier ist nichts. Gibt es. Gut. Dann machen wir kurz noch. Squats. Punkteverteilung. Wir haben noch zwei. Den Soldaten machen wir noch einmal. Und. Erhöht die Waffenschau um 4%. Erhöht die Nachkaufschau um 44%. Ok. Alles klar. Ausrüstung. Alles nehmen. So. Können wir ja dann. So ist es radioaktiv. Fangen wir mal so. Dann kriegt er hier Schrotflinte, Skidmar hier, Pistole, Striker, Präzisionsgewehr, das ist für Garos dann wichtig, Leichtmensch, wir haben eine Onyx, hier haben wir eine Hydra, nicht wirklich besser, Skorpion, der ist ganz nett, 84, 12, hat ein bisschen weniger Schadenschutz, Teche und Chilte dafür, ja. So, würde ich mal sagen, legen wir los. Weiter geht's, die wilde Fahrt. Oh, der trifft aber ganz gut. Ganz schön gut, ey. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der Typ so gut trifft. Er ist ja auch eine Maschine, ne. Ein großes Wunder ist es ja nicht. Da schießen die auch schon wieder. Ah, sieht schlecht. Kannen ganz schön aus hier, die Maschinen. So. 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 Es ist jetzt eher leichter Beschuss, mit dem komme ich ja noch ziemlich gut klar. Ich komme auf der Schöne, wir haben was. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ich glaube, wir sind gleich da. Oh, das kommt schon. Ah, ich glaube, wir sind gleich da. So, haben wir. Oh, mal gucken, wer hier noch geschrieben hat. Irgendwie habe ich gerade noch angepimst, äh, angesimst, angewazappt. Alles klar. Ja, also nichts Wichtiges. Instagram, 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 Instagram. Alles klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's im Krieg. Ach, auf Twitter sind sie auch viel blöd am Schreiben. Ich bin ja so in so einer Gruppe drin. Ich bin ja so in so einer Gruppe drin. Ach, komm schon. Nein. Alter, kann das Ding auch mal stillhalten. So, irgendwie, da steht immer noch Actionmusik. Das bedeutet, irgendwo muss noch einer sein. Okay. 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 Okay.